Die Alte Wow Haha Aua Das hier ist nicht so cool Also die Dampf war Okay Ich hau hier ab So wie viel habe ich jetzt bekommen 18% Das ist heftig Das ist heftig Hm 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 Hallo Ah, so Einmal Kartoffelsuppe, bitte Bum Treffer Versenkt Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt hier hoch Okay Ich speichere vorher nochmal Ah, ich habe vergessen meine Magie einzusetzen Hier Das gefällt mir nicht Müssen wir überhaupt Hier kommt ihr hin Doch Okay Okay Oh Es ist so geil wie die einzelnen Leute hier mal wegfliegen Oh Hallo Hallo Boom So, da Oh Uhnenpfeile Eine Brezel Da unten müssen wir hin Ich hab aber irgendwie Angst vor den beiden Geistern da Äh, speichern Das gefällt mir ganz und gar nicht Nie bewacht Mal gucken, was es hier drin dazu gibt Komm Oh Warten Hmm Wieso musst du verdammt nochmal immer abstürzen Das kann doch nicht wahr sein Bitte Naja Zum Glück bin ich nicht ganz zurückgefallen Aua Hey Das tat wie Speichern Ja Nein Mana-Pilz und ein Käserad Das ist glaube ich eine ganz gute Idee Hm Wir müssen nach da unten Hm Was sind das für Typen? Der Typ hat mir ja irgendwas erzählt. Und wegen, äh, was hat er mir nochmal erzählt? Ich weiß schon. Ich weiß nicht mehr genau, was er mir erzählt hat. Er hat mir auf jeden Fall was erzählt. Ohne ein Deutsch steht hinterhalb. Ja, ja. Gift des Leidens. Oh. Was bringen die denn, meine Lieben? Zwei Angriffe, äh, ist da wäre Regeneration, äh, brauche ich nicht. Zumindest ich nicht. Hier geht's nicht weiter, also müssen wir da hin. Es gab bestimmt irgendwo ein Hotkey für Schnellspeichern. Nehmen. Das musste ich noch machen. Pilzproben. Eine Pilzprobe. Die zweite Pilzprobe. Die dritte Pilzprobe. Ach, ich dachte schon, das wäre irgendwas. Die vierte Pilzprobe. Ich gebe sie in den Apothecari. Würde ich sagen. Ab nach oben und raus hier und dann ab Teleport nach Ark. Möchte eigentlich nicht länger hier bleiben. Das Ding ist nicht geheuer. Zumindest mir. Oh. Oh. Wohl. Hier gehe ich noch mal runter. Unsch … Wohl translations. Ajoa. Ajoa. So. Ähm, ja. Hallo. Irgendjemand hat mich noch getroffen. Hey! Nein, das ist gar nicht cool. Hm, Genesungskampf einfach. Ah. Ja, da ist es. Hm, hm. Gibt es eine Tour? Hä? Äh? Da geht's noch runter. Ja, komm. Oh. So. Das war's aber jetzt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Okay. Okay.